Willkommen zurück bei Front of Stage mit Matthews & Dexter! Hi! Wie geht's euch? Ja, super! Seid ihr motiviert für heute Nacht? Ihr spielt nämlich im Nightpark am Frequency. Es ist die Freitagnacht. Ich glaube, das ist die Nacht, wo die meisten am meisten Party machen wollen. Wie fühlt es euch an für euch? Ja, hoffentlich haben die Leute noch Kraft und Bock. Ich bin auf jeden Fall super motiviert. Bisschen müde, wenn ich ehrlich bin, aber das wird sicher gerade später. Andi, was sagst du? Es ist schön, wieder am Frequency zu sein. Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal hier waren. Bei mir waren es schon ein paar Jahre. Aber ich bin sehr motiviert. Ich bin nicht so müde. Ich habe einen Kaffee getrunken. Professionell. Aber Adrenalin und gute Vibes werden dich natürlich aufwecken. Ich gestehe, ich bin super müde. Du schaust überhaupt nicht müde aus. Das liegt am Glitzer im Gesicht. It's all about Glitzer, oder? Wie beratet ihr euch vor einem heutigen Auftritt zum Beispiel vor? Wie kann man sich das vorstellen? Du sagst, ich schlafe extra länger ein bisschen aus. Du hast gesagt, du trinkst einen Kaffee davor. Wie ist der Tag davor, bevor ein großer Auftritt, wie heute? Okay, so wie heute. Ich bin den ganzen Tag in meinem Bett gelegen und habe Last of Us 2 nochmal gespielt. Sehr gut zumindest. Und habe gedacht, okay, um 10 Uhr Uhr zum Frequency und reiß nochmal mit Martin ab. Aber davor war es eigentlich nur ganz entspannt. Playstation 5, ich und Immersion. Ja, must be nice. Bei mir war es ein bisschen anders. Ich war eigentlich versucht, mit dem gleichen Plan auf jeden Fall ins Bett gegangen gestern. Ich war ein Jahr spät ins Bett, damit ich heute lang penne. War dann trotzdem um 8 Uhr wieder draußen nach seniler Bettflucht und bin dann gleich ins Studio gefahren und habe noch etwas vorbereitet für heute. Ein paar Tracks noch fertig gemacht. Set begutachtet und dann Abendessen und dann sind wir hergefahren von Linz. Und ja, jetzt bin ich schon motiviert. Entschuldige. Ich bin schon gespannt, wie die neue Musik funktioniert später. Ich wollte mich fragen, gibt es einen Track, den du heute vielleicht das erste Mal spielst oder irgendwas ganz Neues, wo du sagst, okay, da liegt auch ein bisschen dein Herz dran, das zu schauen, wie das funktioniert heute? Ja voll, also ich seit längerem arbeite schon am Remix für ein neues Jahr wieder und habe mir dann einen Track rausgesucht, der mir am Herzen liegt. Und ja, den spüre ich zum ersten Mal und bin schon ziemlich aufgeregt, ob der Sound passt, ob die Leute das Original noch kennen und so. Und ja. Wann spielst du so einen Track? Also eher am Anfang, in der Mitte oder am Ende? Wo sagst du? Erstes Song. Echt? Wirklich? Wow. Okay. Egal. Crazy? Go hard or go home. Es ist so. Voll. Wie ist es eigentlich? Du bist als bester Producer, bestes Album, Manifest. Wie gehst du mit dem Druck um? Weil natürlich die Latte war hoch oder ist hoch. Wie fühlt es sich an für dich und wie gehst du mental damit um? Und was sind deine Herausforderungen? Ja, so eine Auszeichnung ist immer super. Und es ist halt so ein Album dauert immer ein paar Jahre, bis man das fertig hat. Und wenn dann irgendwie ein paar Leute finden, dass es cool ist, gefreut mich natürlich voll. Aber ich lege mir da die Latte jetzt nicht hoch aufgrund des Awards, der gewonnen wurde, sondern eher halt, weil man jetzt selber verbessern will. Und da bin ich selbst mein größter Feind und der größte Kritiker. Genauso muss man aber auch sagen, dass im German Bass zumindest das Medium Album vielleicht gerade nicht mehr so das gängige ist. Von daher ist bei mir jetzt da kein Album in Sichtwerte, weil Singles einfach viel flexibler sind. Vor allem mit dem eigenen Label kann man es schneller releasen und so. Es wird sicher noch ein Album geben, aber es ist ganz am Horizont, muss ich sagen. Und wenn es wieder losgeht in die Schreibphase, wird es sicher wieder zu Selbstgeißelung kommen. Wie ist es zu eurer Zusammenarbeit gekommen? Wie seid ihr zusammengekommen? Wie sind wir zusammengekommen? Ich will die ehrliche Geschichte hören, nicht die offizielle. Also wir haben schon hier und da die letzten 15 Jahre mal Gigs gespielt. Und ich bin primär mit Carmen Crooked unterwegs. Das heißt, ich sehe dich morgen wieder? Genau. Und Martin hat einen Vocalist, MC Maxim. Also Liebe geht raus natürlich. Und mit dem waren wir halt immer auf Tour. Aber der hat jetzt irgendwie, macht selbst noch andere Musik und hat halt weniger Zeit. Und ja, wenn ich dann halt Zeit habe und er einen Geek hat, dann springe ich da ein. Also wir waren jetzt schon dreimal zusammen in Amerika und so weiter. Was ziemlich crazy ist eigentlich, ein Linzer und ein Kärntner in Amerika. Aber ja, say no more. Wo warst du in Amerika? Wo waren wir überall? Wir haben die erste Show gemeinsam in Denver gespielt, glaube ich. Und dann war, wir hätten eigentlich Silvester auch spielen sollen. Da habe ich Covid gehabt. Was haben wir gemacht? Denver und Minneapolis. Minneapolis. Orlando. Orlando. Orlando waren wir auch, ja. Voll. Was hat euch am besten gefallen? So vom Wipe her? Mir persönlich Beyond Wonderland in San Bernardino, Kalifornien. Das ganze Festival war quasi ein Alice in Wonderland Theme. Und ich glaube, die haben pro Tag 100.000 Besucher. Und ich habe schon vor 10 Jahren und vor 15 Jahren in Amerika gespielt und Drum'n'Bass ist endlich dort angekommen, kann man mal sagen. Ah, okay. Also, wenn jetzt Armin van Buuren und Tiesto und solche Leute Drum'n'Bass spielen, dann das hat es noch nie gegeben. Und in Amerika ist es so, also wir kommen da hin und man fühlt sich nicht wie ein Außerirdischer, wenn Leute die anstarrn und sich denken, wo ist der Dubstep-DJ? Früher war's noch so. Es war genau so. Und mittlerweile ist es extrem geil und wir sind jetzt wieder in drei Wochen Tour. In drei Wochen ist es Modus-Tour mit Camo Crooked Matthews und wir, ich glaube, das sind zwei Wochen und neun Shows oder so. Und ja, auf das freuen wir uns natürlich auch extrem. Was nehmt ihr immer mit auf Tour? Was muss dabei sein? Die Reise-Apotheke. Nach Covid ein bisschen geschädigt? Ja, nein. Eher im Sinne von, die Maske ist immer dabei, muss ich auch sagen, gerade auf Langstrecke. Und halt, ja, ein bisschen Melatonin, die ein oder andere Schlaftablette, vielleicht und halt, ja, diverse Fit-Macher-Vitamine und so. Weil man halt eben, wie der Andi gerade gesagt hat, in vierzehn Tagen neun Shows oder acht Shows oder so runterradeln, ist halt echt eine Hausnummer. Und da muss man halt schauen, dass man irgendwie fit bleibt. Und ja, ansonsten, die Kopfhörer und die USB-Sticks darf man nicht daheim bleiben. Also, bis auf die Haus-Apotheke, wie haltet ihr euch sonst fit, wenn ihr so wisst, dass ihr so viele Shows in so einer kurzen Zeit spielen müsst? Fit halten. Mental oder körperlich. Ich könnte es auch alles andere nennen, das müssen wir vielleicht dann rausschneiden. Also, wir versuchen, also ich persönlich kann zum Glück immer schlafen. Also, wenn wir, zum Beispiel mein Rekord war, wir haben Neuseeland-Tour gehabt und der Flug von Dubai nach Wellington ist 17 Stunden. Boah. Und ich habe 16 Stunden geschlafen. Ich beneide dich gerade so sehr, ich habe eine Stunde von gestern auf heute geschlafen. War aber nicht so geil, weil dann bist du in der Immigration und super dehydriert, weil ich halt 16 Stunden nichts getrunken und gegessen habe. Ja, sicher, ja. Und dann habe ich mal in der Line dreimal mir übergeben müssen. Oh Gott. Ja, aber 16 Stunden geschlafen. Ja, immerhin. Das ist meine Superpower. Also, ich kann im Flugzeug einfach nicht schlafen. Ich würde gerne munter bleiben und was schauen, aber ich gehe rein, hau mir das Knack-Kipfel rauf, noise-canceling-Headphones, rain-sounds, and the boy is gone. Ich bin neidig gerade so sehr. Hört ihr sonst so? Ja. Wie ist dein Schlaf-Rekord? Das ist ein Wunderpunkt. Oh je. Nein, voll. Also, ich schlafe nur ein bisschen schwer, gerade mit Chat-Lags und so und bin immer eher angespannt. Einfach, mir stresst der Gedanke, der langen Reise stresst mich mehr als das andere einfach. Und bin da ein bisschen ein Knecht, was das Thema angeht. Und ja, aber ich schaue, dass ich mich unter der Woche fit halte, mache ein bisschen Sport und so und schaue, dass ich mich gesunde nähe. Aber motiviert ihr euch dann gegenseitig, wenn ihr mal so einen Downer habt? Ich meine, ich denke mir dann, wenn man doch mehrere Leute sind, die zusammen unterwegs sind, kann man ja, wenn der eine mal ein Tiefer hat, ein bisschen aufpushen. Das ist das, was ich eigentlich gelernt habe, jetzt, wo ich mit dem Andi mehr unterwegs bin und auch mit Markus und Reine mit Kim und Kuck geht. Ich bin es eigentlich nur gewohnt, dass ich immer alleine auf Achse bin. Und es wird fürchterlich zart, genau wie du sagst, wenn es einem nicht gut geht, hängt man halt alleine da mit dem Traurigsein oder mit dem Stress oder wie auch immer. Oder mit der Flugverspätung und dem Cringe und alles. Wenn man mit den Boys unterwegs ist, mit den Homies, ist es halt einfach lustig. Da geht schon, Andi, geht schon wieder. Oder meistens werde ich aufgepäppelt, weil ich irgendwo traurig im Eck hänge. Aber es ist ein Riesenvorteil und du bist es ja nur so gewohnt, Andi eigentlich, gell? Also, ihr habt immer gedacht, wie crazy Leute sind, die den ganzen Wahnsinn alleine machen. Weil, wie der Martin ja sagt, die Arbeit ist wirklich das Reisen und jetzt die Show ist der Spaß. Und wenn du dann irgendwo in Rumänien Cluj am Flughafen hängst, sechs Stunden alleine, weil der Flug verspätet ist, dann ist das halt einfach kein Spaß. Und wenn du dann aber mit deinen Freunden dort bist, dann ist das, es fühlt sich nicht an wie Arbeiten fliegen, es fühlt sich nie an wie Arbeiten. Aber egal wie stressig die Reise wird, du bist mit deinen besten Freunden dort und es ist immer Spaß. Irgendwer sagt was Blödes und es ist gute Laune. Also, wir sind alle vier, also wir zwar sind echt verschiedene Charaktere, aber es ist halt echt immer, immer Vibe. Und ich würde es nicht allein machen können und ich bin froh, dass Susanne mal allein machen muss, wirklich. Also, thank God. Es klingt ja immer sehr glamourös, das DJ Live, so von Gig zu Gig zu pendeln. Aber du hast gerade gesagt, so sechs Stunden irgendwo allein am Flughafen zu sitzen, ist dann noch nicht so geil. Wo würdet ihr sagen, waren die größten Herausforderungen in eurer Karriere? Und was sagt ihr, was ihr daraus mitnehmen konntet? Herausforderungen im Kontext zum Reisen oder generell? Ja, weil man denkt, es ist immer glamouröser, als es vielleicht dann doch ist. Ja. Oder was ist das Nervigste? Das Vorurteil sozusagen, was man da gegenüber dem Job hat. Es schlägt ja in eine ähnliche Kerbe. Genau wie du sagst, man steht vor, das ist irgendwie so, es hat so viele Facetten. Die Leute haben das Vorurteil, es ist halt erstens zweimal das Halligalli. Immer lustig und es ist ja sowieso super, wenn jede Nacht Party ist und so weiter. Das ist ja auch nicht der Fall. Wenn immer Party ist, ist nie Party. Man braucht ja den Kontrast. Und das Zweite ist halt das, was wir vorher schon angerissen haben, das Thema mit dem Reisen, beziehungsweise es geht halt voll auf die Substanz. Und sehr viele DJs, auch die wir alle kennen, haben halt voll die psychischen Probleme. Und das ist halt einfach auch, das kommt nicht von irgendwo. Das ist das Nichtschlafen, das ist der Druck wegen der Performance. Das Environment ist einfach voll stressig und es geht eigentlich sehr vielen gar nicht so gut, wie es eigentlich auf Social Media vielleicht ausschaut. Und das ist eigentlich das Paradoxe an der ganzen Geschichte. Man sieht immer die fröhlichen Gesichter auf Instagram und so weiter. Aber die Abgründe sind oft sehr tief in Wirklichkeit. Und da muss man vorher auf sich selbst schauen und die Hygiene auch in der Psyche mitnehmen. Das ist ganz wichtig. Sorry, wenn ich ein bisschen deep geworden bin, aber ist leider so. Aber das wollen wir ja. Der Podcast soll in die Tiefe gehen. Ich finde, es öffnet auch vor allem jungen Artists die Möglichkeit zu sehen, okay, es ist normal. Wenn das jemand anspricht, finde ich sehr cool. Danke dir. Es ist natürlich der geilste Job, die Welt zu bereisen und Musik zu machen. Aber wie der Martin sagt, das ist basically ein konstanter Schlafmangel im Sommer. Und mit so vielen Festivals. Ich habe zum Beispiel letztes Wochenende in vier Tagen drei Shows gespielt in fünf Ländern. Oder in vier Ländern, entschuldige. Und das geht halt auf die Substanz. Also für mich persönlich die größte Herausforderung in dem ganzen Ding. Ich bin einer von, glaube ich, zwei oder drei nicht englisch muttersprachigen MCs. Und da akzeptiert zu werden, war halt ein langer Weg. Und ich mache das jetzt auch schon seit 20 Jahren. Und wie gesagt, nach Amerika mit Martin oder nach England oder Neuseeland gebucht zu werden als österreichischer Rapper-MC, ist halt immer noch unreal. Ja. Weil es gibt so viele großartige Künstler in England und da müssen sie nicht den Decks aus Wien einfliegen, aber sie tun es. Thanks. Und wie gesagt, das ist so, ich bin nie zufrieden mit mir selbst. Ich will immer humble bleiben und besser werden. Und ja, für mich ist es halt, wie gesagt, die Competer mit dem Besten im Game. Jedes Wochenende. Und das ist so meine persönliche Herausforderung im Ganzen. Und was würde dir jungen, also jetzt aufstrebenden Künstlern mitgeben wollen, was sie vielleicht besser machen können, was ihr gelernt habt? Also einen kleinen Ratschlag. Mein Ratschlag für jeden jungen Künstler ist, hör nicht auf Trends, whatever. Mach Sound, den du geil findest oder schreib Sachen, die du geil findest. Und wenn es gut ist, werden es andere Leute auch gut finden. Man muss nicht auf jeden Bandwagon aufsteigen. Das ist so mein Tipp für junge Leute. Ja, ähnlich von mir auch in die Richtung gehend. Man sollte sich die Frage stellen, warum man jetzt irgendwie Musik produziert oder DJ sein will. Geht es darum, weil jetzt irgendwo Fame auf der Bühne stehen will oder ja, muss? Hat auch seine Daseinsberechtigung? Oder ist die Motivation, weil irgendwas erschaffen will, weil Musik machen will? Beides hat Daseinsberechtigung. Aber man sollte sich vielleicht selbst einmal reflektieren und schauen, was will er eigentlich? Und dementsprechend dann halt auch die Energie rein investieren. Also ich kann nur sagen, beim Musikmachen ist halt sehr viel Zeitinvestment nötig, dass man halt wohin kommt. Aber es ist dann voll rewarding, wenn man dann auch das dann so umsetzen kann, wie man es im Kopf hat. Und man darf einfach nicht aufgeben. Also Musik produzieren ist wie ein Sport, sage ich immer. Keiner ist jetzt auf die Welt gekommen und hat sofort skaten können. Also sehr viel Wiederholungen, üben, üben, üben. Und dann wird man besser und dann sieht man Resultate. Also einfach nicht aufgeben. Meine letzte Frage, bevor ich euch entlasse und ihr wieder dann zum Nightpark vorbereiten gehen könnt oder ein bisschen ausruhen. Und zwar, was sind eure persönlichen Ziele für 2024, 2025 und welche sind eure musikalischen? Ziele privaten, ich werde mit meiner Freundin zusammenziehen. Und das ist voll ein großer Schritt für mich. Und von der musikalischen Seite halt einfach weiter machen. Ich habe gerade mein Studio übersiedelt, was ein bisschen nachgegangen ist, weil ich gerade erst vor zwei Jahren in das alte Studio rein bin. Und da steht vor der Herausforderung, wieder an den neuen Raum gewöhnen und so. Das dauert immer ein bisschen. Aber ich freue mich schon drauf. Es ist immer spannend, wenn quasi Privatleben und Arbeitsleben, wo ein neuen Platz stattfindet. Also es wird sicher spannend. Und für mich, ich hoffe, dass es nicht so viele Flugverspätungen gibt, wie die letzten Wochen. Ist das das persönliche Ziel? Ja, also es waren die letzten Wochen. Also Sommer ist natürlich immer Madness. Und ja, wir haben echt viele Flugverspätungen gehabt in letzter Zeit. Da muss ich sagen, bei dir war es glücklich gerade, oder? Persönliche Ziele, also wir spielen jetzt irgendwann, wir spielen in New York. Brownies and Lemonades unter einer Brücke. Also das ist eines der größten Dinge ever. Sehr cool. Like Chase and State, das war das letzte, die dort gespielt haben. Jetzt ist es Alice in Wonderland, Reini, Markus und Martin und ich. Und ja, also dort zu delivern ist mal mein most focus gerade. Wie gesagt, wenn du mal in New York spielst, dann ist der letzte Rapper aus Österreich, der dort gespielt hat, war Falco. Ich habe nur gesagt. Sehr, sehr schön gesagt. Danke euch. Ich wünsche euch eine wunderbare Show. Und ruht euch noch gut aus. Viel Kaffee davor. Danke für die Einladung auf jeden Fall. Danke. Frühjahrs. Das war Front Off Stage mit Vefuse und Dexter. Jachtsster Jboard aber Jungs